Feurige Welten. Leder. Wir stehen europaweit für Tradition, Innovation und Qualität. Ob Kaminofen, Warmluft oder Speicherofen, unsere Produkte sind ebenso vielfältig wie individuell. Beim Design folgen sie ganz ihrem Herzen und ihrem guten Geschmack. In allen technischen Fragen beraten wir sie kompetent und kosteneffizient. Als führender Hersteller und Entwickler von Gussöfen und Kaminen mit innovativer Heiztechnik einschließlich intelligenter Ofensteuerung und der Anschlussmöglichkeiten an die Warmwasserzentralheizung sind wir ein verlässlicher Partner für das Fachhandwerk. Außerdem fertigen wir Gusskomponenten aus Eisen mit anspruchsvollen Oberflächen für die Industrie. Für unser Sortiment verwenden wir Qualitätsguss, bis heute der beste Werkstoff im Ofenbau. Qualitätsguss leitet Wärme ideal weiter und garantiert ein rundum behagliches Wohnklima. Er ist hitzebeständig, formstabil und hält bei richtiger Pflege ein Leben lang. Fachwissen und Hightech machen unsere Produkte langlebig und leistungsstark. Unsere Öfen und Kamine werden auf einem hochtechnisierten Produktionsweg gefertigt. Menschen und Maschinen arbeiten hier Hand in Hand. Millimetergenau widmen wir uns jedem einzelnen Werkstück. Denn Leder steht für maßgefertigte Qualität und Kontrolle bis ins kleinste Detail. Wir beliefern von unserem Stammsitz in Ostfriesland Kunden in ganz Europa und erfüllen selbstverständlich auch Sonderwünsche in Farbe und Form. In der Entwicklung unserer Öfen und Kamine stimmen wir die Luftzufuhr optimal auf die Brennstoffmenge ab. Für höchstmögliche Wärmewirkung und besonders schadstoffarme Verbrennung bei sparsamem Verbrauch. Bei der Konstruktion unserer Feuerräume setzen wir auf intelligente Lösungen, neueste Technik und höchste Designansprüche. Mit 138 Jahren Erfahrung steht unser Unternehmen Leder für Qualität und Zuverlässigkeit. Und das garantiert für alle Produkte unser Ofenpass. Leder. Feuer und Flamme für Perfektion.